Satz-Technik, Multimedia-Trends und vieles mehr. Täglich im Dr. Dish-Magazin bei Cactime TV. In der aktuellen Ausgabe sehen Sie... Ultra HD mit dem Media Player Ansehen. Wir testen den V10 und den Open Hour Chameleon. Im Gespräch Manfred Eckberger. One Box TV von TBS im Test. Die eierlegende Wollmilchsau. Bastelstunde. Wettersatellitenempfang für 20 Euro. Und unsere Buchvorstellung mit Gewinnspiel. Das Dr. Dish-Magazin. Täglich hier bei Cactime TV. Zeit für Technik.